Julia Jentsch ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Julia Jentsch wuchs in Berlin auf und besuchte die Waldoberschule in Berlin-Westend, an der sie 1997 ihr Abitur machte. An dem sportorientierten Gymnasium trainierte sie Rudern, Handball und Judo. Danach erhielt sie ihre Schauspielausbildung von 1997 bis 2001 an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Schon 1995 stand sie auf der Bühne und spielte die Orfeis in Die Lästigen von Hugo von Hofmannsthal. Ihr erstes Theaterengagement führte sie an die Münchner Kammerspiele. Dort war sie von 2001 bis 2006 Mitglied des Assabels. Sie spielte dort Hauptrollen in den Theaterstücken Antigone, Die Nibelungen, Die Zehn Gebote und Othello. Weitere Stationen waren das Thalia Theater Hamburg und das Schauspielhaus Zürich. Einem größeren Publikum wurde Jentsch durch die weibliche Hauptrolle in Hans Weingartners Film Die fetten Jahre sind vorbei bekannt, der 2004 beim Internationalen Filmfestival in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde. 2005 erhielt Jentsch für ihre Darstellung der stillen, ernsten und willensstarken Widerstandskämpferin Sophie Scholl in Mark Roth im unskammerspielartigem Drama Sophie Scholl, Die letzten Tage auf der 55. Berlinale den Silbernen Bären als beste Schauspielerin, den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin und den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin. 2009 war sie in der Titelrolle von Hermine Hund Geburts Literaturverfilmung Effie Bries zu sehen. 2014 spielte sie in dem Drama Die Auserwählten unter der Regie von Christoph Röhl eine junge Lehrerin, die Ende der 1970er Jahre an der Odenwaldschule einem Netzwerk pädophiler Lehrer auf die Spur kommt. Jentsch spielte in dem 2017 veröffentlichten Kinodrama 24 Wochen eine werdende Mutter, die vor dem Gewissenskonflikt steht, ihr behindertes Kind auf legale Weise in der 24. Schwangerschaftswoche abzutreiben. Sie wurde dafür erneut für den Deutschen Filmpreis nominiert. Im selben Jahr wurde sie in die Wettbewerbsjury der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin berufen. Jentsch ist seit 2012 mit dem freischaffenden Schweizer Künstler und Persönlichkeitstrainer Christian Hablützel verheiratet. Das Paar lebt zusammen mit der gemeinsamen Tochter in einem Dorf in der Nähe von Zürich. Auszeichnungen 2000 Max-Reinhard-Preis für die Perser 2002 Theater heute – Beste Nachwuchsschauspielerin 2004 Bayerischer Filmpreis – Beste Nachwuchsdarstellerin für die fetten Jahre sind vorbei 2004 Preis der Deutschen Filmkritik 2005 Silberner Bär auf der Berlinale 2005 als Beste Schauspielerin für Sophie Scholl Die letzten Tage 2005 Undine Award nominiert als Beste Charakterdarstellerin 2005 Preis der Deutschen Filmkritik 2005 Deutscher Filmpreis – Beste darstellerische Leistung – Weibliche Hauptrolle für Sophie Scholl Die letzten Tage 2005 Europäischer Filmpreis 2005 Beste Darstellerin für Sophie Scholl Die letzten Tage 2006 Jupiter – Beste deutsche Darstellerin für Sophie Scholl Die letzten Tage 2017 Deutscher Filmpreis – Nominiert als Beste Hauptdarstellerin 2018 Deutscher Fernsehpreis – Beste Schauspielerin für das Verschwinden 2018 M.DAS Schauspielpreis 2018 Bayerischer Fernsehpreis – Beste Darstellerin in der Kategorie Fernsehfilm, Serien und Reihen für ihre Rolle in das Verschwinden 2018 Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland